Ich sag bald gehen wir, uh, wenn ihr so weitermacht Dicker, meine Welt brennt, wo's die Leidenschaft Dreh ab, ich steh, dreh auf Ich brauch 10 Jungs und will mir in mein Bauch Ich mach keinen Spaß, Bruder, kannst du das sehen? Scheiße, ich glaub, es ist Zeit, dass ich was drehe Zeit, dass ich was drehe, uh, was drehe Was drehe, uh, was drehe Zeit, dass ich was drehe, uh, was drehe Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer Liebe Gäste und liebe Zuschauer, die hoffentlich gerade zu Hause vor den Bildschirmen sitzen Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Alexander Fröhlich Ich bin Vorsitzender von Demokratie Time Wir brauchen gerade junge Menschen, die sich für Europa engagieren Weil die jungen Menschen die Zukunft sind Ihr habt das ganze Leben noch vor euch Ich bin in Hör, ich bin 15 Jahre alt Mein Name ist Girk Klaas Mein Name ist Kai Tegenthoff Mein Name ist Jack Christoph Oetjen Ja, Moin Bernd Lange Ich bin Alexander Börger Ja, bitte geht wählen, denn bei der Europawahl geht es darum, die Freiheit in Europa zu verteidigen Die Krisen der heutigen Zeit lassen sich nur gemeinsam europäisch lösen Deswegen geht am 9. Juni wählen Und ohne Europa ist alles nichts Geht wählen, der 9. Juni ist wichtig für uns alle Geht wählen und ich weiß, Gerechtigkeit geht nur mit uns allen Ich stehe dafür, dass wir Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in Europa behalten Ich will meinen Traum nicht aufgeben müssen Meine Hoffnung von einem Europa Das mehr als ein paar Cent für eine bessere Zukunft verwettet Von einer Welt, die entschlossen zusammenhält Und Arm in Arm die Worte sagt Es lebe die Freiheit Geht auf jeden Fall wählen, nehmt das Wahlrecht wahr Zeigt politische Haltung für ein demokratisches Europa Vielen, vielen Dank, bis zu Vielen Dank